12.41 Uhr, Mittagszeit in Solingen. Die Feuerwehr rückt gleich mit mehreren Einsatzkräften aus. In der Solinger Innenstadt, in der Friedrichstraße, löschen sie einen Brand. Der Kamin des Hauses fing Feuer, verletzt wurde laut Feuerwehr aber glücklicherweise niemand. Während der Löscharbeiten kam es immer wieder zu Rückstaus im Straßenverkehr rund um die Innenstadt. Untertitelung des ZDF, 2020